Unsere Komfort-Lüftungsanlage besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät mit Wärmetauscher und einem Rohrsystem. Das Lüftungsgerät filtert und erwärmt frische Außenluft auf unsere Wohlfühltemperatur. Über das Rohrsystem kommt die frische Luft in die Wohnräume und die verbrauchte Luft zurück ins Lüftungsgerät. Der Wärmetauscher erwärmt im Winter die Frischluft mit der Abwärme der verbrauchten Luft, bevor sie durch die Fortluftleitung ins Freie geleitet wird. Und weil die Fenster dabei nicht geöffnet werden müssen, sparen wir Heizenergie. Eine Komfort-Lüftung mit Wärmerückgewinnung verbraucht weniger Energie als herkömmliche Anlagen und liefert frische Luft automatisch und rund um die Uhr.